Und? Was hält Sie nachts wach? Bei Schlafproblemen hilft Baldri Paran stark für die Nacht. Es beschleunigt nicht nur das Einschlafen, sondern fördert auch das erholsame Durchschlafen. Baldri Paran. Natürlich Durchschlafen. Erholt in den Tag starten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Herzlich willkommen zur Talk24 am 6. April. Für die Bewältigung der Lieferengpässe sollen nicht nur die Apotheken einen finanziellen Zuschlag erhalten, sondern auch die Großhändler. Im gestern beschlossenen Kabinettsentwurf zum ALP-VVG ist ein Zuschlag von 50 Cent vorgesehen. Allerdings ist noch unklar, wie dies konkret in der Praxis umgesetzt werden soll. Den Apotheken droht vermutlich ein erheblicher bürokratischer Mehraufwand. Die Diabetesmittel OZEMPIC und Holicity werden mitunter Off-Label für die Behandlung von Adipositas eingesetzt und fehlen daher für die Behandlung von Patientinnen und Patienten, die auf die knappen Wirkstoffe angewiesen sind. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte empfiehlt Apotheken daher verschiedene Maßnahmen bei der Abgabe. Vor allem bei Privatrezepten sollen die Apotheken im Zweifel Rücksprache mit dem verordneten Arzt oder der verordneten Ärztin halten. Zytoservice muss sich verkleinern und hat den Standort in Hahn bei Düsseldorf aufgegeben. Der Herstellbetrieb für parenterale Lösungen macht den Margenverfall im eigenen Geschäftsmodell verantwortlich. Rund 50 Mitarbeiter sind von der Schließung betroffen. Die Corona-Impfung soll Kassenleistung werden, die Vergütung ist aber noch nicht geregelt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat der Vertreterinnen und Vertreter der Kassen und der Ärzteschaft zu einem gemeinsamen Gespräch geladen. Zumindest in Bayern wurde nun eine Lösung gefunden, wie die Kassenärztliche Vereinigung berichtet. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, sehen wir uns am Dienstag wieder.